Willkommen bei Dreadnought. Kein richtiges Let's Play, sondern wir stellen Dreadnought vor, beziehungsweise ich stelle so gesehen euch und Ben Dreadnought vor. Genau, ich bin das schöne Beiwerk. Genau, ein recht neues in der Open Beta befindendes deutsches Spiel, was nicht auf Deutsch ist. Was nicht auf Deutsch ist, noch nicht. Also wie gesagt, es befindet sich noch in der Open Beta, also jeder kann es spielen. Und es ist im Endeffekt, wenn man das so vergleichen will mit den nächsten Spielen, die es so gibt, eigentlich sehr nah an World of Tanks und ähnlichen Spielen. Statured Space. Genau, nur halt mit Raumschiffen im Science-Fiction-Universum. Das Erste, was ich hier mache, bevor wir uns gleich ins Spiel begeben, weil was ich hier zeigen möchte, ist zum einen am Anfang erstmal, was ist überhaupt dieses Menü, was man jetzt hier gerade sieht, was findet man. Es ist ein Free-to-Play-Spiel. Was bedeutet das in diesem Falle? Was muss man beachten? Und wir zeigen kurz alle fünf verschiedenen Raumschiffarten, die es gibt. Schiffarten. Und ich fange jetzt erstmal an so mit dem Menü. Es gibt hier das Dashboard. Das ist das, was man am schnellsten erklären kann. Dashboard bedeutet einfach das, was es halt ist. Hier sieht man eine kurze Übersicht von Sachen, die man kaufen kann für Echtgeld. Das sind diese goldenen Coins hier. Die erkläre ich gleich noch. Ja, hier gibt es verschiedene Bundles, wo man halt, es geht im Free-to-Play-Monodell größtenteils darum, dass es ums Aussehen geht. Einmal vom Charakter, wie man hier oben rechts sieht. Man kann einen Cappys kaufen, man kann ihnen so komische, ja, was sind das so, Gläser, ähm, jetzt komme ich hier auf das Wort, äh, Augenschützer, Brillen besorgen. Ja, Augenschützer. Ja, sehr gut. Man kann hier, diese Farben, man kann hier nochmal so Vorderfiguren, die zeige ich gleich nochmal, was man machen kann. Man kann, ja, ganz viel kaufen, muss man aber nicht. Es ist nach meiner Meinung kein Pay-to-Win-Spiel. Man kommt hier nochmal zum Forum, aber das ist erstmal alles unwichtig. Dann gibt es hier den Hangar, da kann man sehen, was für Schiffe hat. Ich habe hier zum Beispiel jetzt gerade mein Heiler-Schiff, das Support-Ship. Ähm, dann gibt es noch hier, ähm, den Atelier-Cruiser. Das ist eine Klasse, ich erkläre jetzt einfach Klasse für Klasse. Das ist der Atelier-Cruiser. Das ist so gesehen, eine Einheit, wie so ein Scharfschütze, der macht auf Entfernung richtig viel Schaden, hat recht wenig, es, ja, Speed geht eigentlich, ähm, ist recht, ist wenig wendig, äh, macht aber dafür, wie gesagt, auf, äh, auf Distanz richtig gut Schaden. Dann haben wir hier noch den Orcus. Das ist jetzt aber schon das T2. Also es gibt verschiedene Tier-Sets, so gesehen. Es gibt Tier 1 bis Tier 5, glaube ich tatsächlich. Ähm, und hier haben wir, habe ich jetzt hier gerade schon das T2-Heiler-Schiff, weil ich größtenteils Heiler gespielt habe. Ähm, der Support-Cruiser, der Support, äh, oder Support-Ship ist halt fürs Heilen da oder kann auch alternativ, ähm, die Leute unterstützen mit verschiedenen Fähigkeiten. Dann gibt es, ähm, den namensgebenden Dreadnought. Das ist so gesehen, äh, ein recht schwerfälliges Schiff, aber macht halt einfach mal einen massiven Schaden. Ähm, und wir haben dann noch den Dreadnought, wir haben noch die, die, ähm, Corvette. Das ist ein sehr wendiges, schnelles Schiff, was wenig aushält. Was eher dafür ausgelegt ist, ähm, ja, so die S2-Cruiser oder Supporter halt einfach zu versuchen, recht schnell reinzuspringen, die abzuschießen und wieder rauszugehen. Der legt sich also weniger mit den Dreadnoughts zum Beispiel an. Dann haben wir hier noch, äh, die Destroyer, auch schon T2. Ähm, der ist so das mittlerische von allem. Also der macht gut Schaden, nicht übermäßig, nicht so wie der Dreadnought, bewegt sich jetzt nicht so flott wie der, ähm, wie die Corvette. Aber ist ein nettes Schiff für Einsteiger, die einfach mal loslegen wollen und schießen wollen. Ähm, komme ich nochmal ganz schnell zu den Fähigkeiten. Also wenn ich jetzt hier reingehe, ich nehme jetzt einfach, weil ich es einfach preferiere, äh, na, komm, ich zeige direkt mein T3-Schiff, Heiler-Schiff, die Cirrus. Ähm, das ist jetzt so ein T3-Schiff und wie man hier unten sieht, gibt es verschiedene Loadouts. Also ich kann hier unten entscheiden, ich habe hier einmal den Medium Bean Turrets dran. Ähm, das bedeutet, mit denen heile ich die Tesla Turrets, mit denen mache ich Schaden, aber auf recht, äh, ja, geringer Reichweite. Die, das ist theoretisch die Secondaire Waffe, die kann ich dann im Spiel mit Q aktivieren. Dann habe ich mir meine Fähigkeiten, die habe ich auf den, äh, Nummerntasten 1 bis 4, da habe ich den Amplifier, äh, Beam Amplifier, der macht halt nochmal verstärkt, äh, mehr, ähm, Heilung, der Repair-Pod platziert halt einen, ähm, einen Pod, der halt alle in der Nähe heilt. Der Repair-Auto-Beam, ähm, heilt halt alle automatisch vom Schiff aus mit den Beams automatisch, sodass ich mich nicht immer auf einen konzentrieren muss, sondern ich kann mich auf einen konzentrieren und gleichzeitig heilt mein Schiff noch andere und Auto-Repair heilt mich selber. Das sind so gesehen die Fähigkeiten. Das hat jedes Schiff, jetzt alle zu erklären, weil, wie gesagt, ich bin auch jetzt kein Experte, ich habe jetzt größtens die Heiler-Klasse gespielt, jeder hat, äh, eigene Sachen, die werde ich nachher nochmal einfach zeigen, wenn ich in den Schiffen dabei bin. Das ist so gesehen der Hangar. Und jetzt ist die Frage, was sind hier oben diese drei Punkte? Es gibt einmal die Free XP. Free XP ist vor allem dafür, die bekommt man pro Spiel immer, wenn man gewonnen hat oder auch verloren hat, bekommt man eine gewisse Anzahl. Ähm, und dort, äh, diese kann man dann benutzen, um Forschung zu betreiben. Was Forschung heißt, nachher erzähle ich. Dann gibt es die Credits. Die Credits sind dafür, wenn ich irgendwas erforscht habe am Schiff, dann muss ich es noch kaufen. Also ich muss erst eine Fähigkeit erforschen, dann muss ich sie kaufen. Und das kann ich mit den Credits machen. Credits bekomme ich auch dadurch, dass ich Spiele gewinne. Oder durch dieses nette Ausrufezeichen gibt es hier so genannte Daily Quests, die ich machen kann. Und da bekomme ich je nach Quest, je nachdem wie aufwendig sie ist, so und so viele Credits dazu. Aber wie gesagt, die meisten bekommt man tatsächlich durch Spielen. Ähm, und dann habe ich die GP, die Grey Box Points. Die, ähm, kann man halt gegen Ex-, äh, Echtgeld, Sach-, Geld kaufen. Dadurch kann ich mir jetzt einige Sachen kaufen. Ich kann mir so einen Elite-Status-Theoretik kaufen. Für sieben Tage, 14 Tage, die gibt halt Bonus, XP, etc. pp. Dann, ähm, kann ich aber auch mit diesen Punkten, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich in dieses Menü komme. Jetzt sieht man hier auch, wie viel das so wirklich kostet. 500 Punkte sind 5 Euro, finde ich schon ziemlich happig. 19,99 Euro, oder US-Dollar ist das ja hier immer gemacht, 2.500. Das ist schon echt krass. Also das ist schon, es ist schon ordentlich Kohle, die man da hinlegt. Äh, da kann ich auch direkt, wenn ich bei dem Punkt auf den Market gehen, wenn man jetzt überlegt, 500 Punkte waren. In etwa, wenn man sich das merkt, 5 Euro, dann kostet schon fast ein Hut für den Charakter 325. Also da gibt man schon mal schon gut 3 bis 4 Euro aus für eine blöde Mütze für seinen Charakter. Also alleine hier oben für dieses Portray, wo man das sieht. Und dass man den einfach kurz einmal am Ende des Spieles sieht, was ich schon echt viel finde. Also dann bin ich jetzt hier schon wieder. Dann kann man noch Chips sehen, kann man diese Bundles kaufen. Es gibt auch noch so extra Echtgeld, ähm, Schiffe, die man kaufen kann. Jetzt kann man sagen, okay, wow, das ist jetzt voll das Pay-to-Bit-Win. Ist nach meiner Meinung nicht, ähm, weil man muss, muss A, das können für diese, ähm, Schiffe haben. Und es bringt nichts, wenn man direkt ein T-4er hat, ähm, oder T-5er, äh, Dreadnought-Schiff hat. Und das ist, ähm, einfach unnötig. Und wenn man sieht, 4000 Kosten, die das sind, dann schon mal, glaube ich, fast 40 Euro für so ein Schiff. Ähm, aber ich will mich jetzt auch gar nicht so lange mit dem Echtgeld-Gedöns hier aufhalten. Es gibt hier noch die Manufaktur, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Es gibt drei verschiedene Arten, Oberarten von Schiffstypen oder von Fraktionen. Und es gibt die Jupiter Arms, es gibt die Acula Vector und es gibt den Oberon. Und wenn man jetzt so sieht, zum Beispiel bei Jupiter Extension, fängt es an mit der Augusta, das ist der Destroyer. Und der teilt sich dann halt einfach auf. Dann konzentrieren sie sich natürlich nicht auf Destroyer. Der nächste wäre der Destroyer Stufe 2 und der Cruiser, den man dann kaufen kann. Danach könnte man von derselben Einheit auch einen Atelier, Cruiser, Destroyer, Corvette. Und das teilt sich so auf. Also es gibt von jeder von diesen Fraktionen auch jede Schiffsart. Die unterscheiden sich stark vom Aussehen. Ich zeige das jetzt besser im Hangar, weil das hier ein bisschen unübersichtlich ist. Ähm, zum Beispiel ist das die zweite Klasse. Ich habe schon wieder direkt vergessen, wie die heißt. So sieht zum Beispiel der Atelier Cruiser von denen aus. Und wenn ich jetzt einen, na, kann ich jetzt nicht so gut zeigen. Die haben halt ein recht spezielles Design. Und je nachdem, wenn ich jetzt einen Destroyer von der Version habe, ich glaube, dass, ja, der, den man im Tier 1 hat, ist auch einer von der Fraktionen. Der sieht dann halt so aus. Sie sehen dann erstmal sehr ähnlich aus. Ich kann das jetzt auch nochmal kurz zeigen. Ähm, bei den Heilerschiffen, also bei der Obarian-Fraktion. Da gibt es jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel den Heilerschiffen gezeigt habe. Hier ist der Dreadnought von dieser Klasse. Die sieht ähnlich aus, hat so einen ähnlichen Style, aber ist natürlich als Dreadnought fett. Ähm, und es gibt halt noch die erste Klasse. Das wären dann zum Beispiel diese Corvette oder der Destroyer, den ich am Anfang gezeigt habe. So, okay, das ist ja erstmal im Groben, wie das Spiel funktioniert. Man sieht hier jetzt noch Recruit, Veteran, Legendär. Also Recruit ist immer T1 bis T2. Veteran ist T2 bis T4. Wobei man Veteranenstufe erst freischaltet, sobald man ein Schiff der T3 Stufe hat. Und Legendary bekommt man erst, wenn man zwei T4 Schiffe freigeschaltet hat. Okay, und jetzt, bevor wir ins Spiel gehen, zeige ich noch das Allerletzte. Jedes Schiff hat halt so seinen eigenen Tech-Tree. Ich zeige das dann erstmal beim neuen Heilerschiff, bei dem T3 Schiff. Und hier sieht man noch eine Währung. Das sind diese silbernen Sterne. Und die silbernen Sterne heißt, das sind theoretisch die Erfahrungspunkte von dem Schiff. Und ich bekomme immer pro Bände des Spiels Erfahrungspunkte für dieses Schiff. Und muss dann erstmal Sachen freischalten. Also zum Beispiel, dieser Beam-Amplifier kostet mich jetzt 800, 8400 Sterne. Also diese Schifferfahrungspunkte. Und die müsste ich jetzt sammeln. Ich habe jetzt 3368 gerade. Und wenn ich die habe, kann ich die freischalten. Und dann habe ich das erforscht, diese Fähigkeit. Und dann kann ich sie gegen die Credits, die ich auch im Spiel erwerbe, freikaufen. Und dann kann ich die Fähigkeit auch wirklich benutzen. Und jetzt kann man sich fragen, für was sind jetzt diese goldenen Erfahrungspunkte. Wie gesagt, die kann ich zur Forschung benutzen. Wenn ich jetzt, habe ich jetzt irgendwo ein schönes Beispiel? Ja genau, hier. Bei der Fähigkeit, Autorepair Stufe 3, habe ich nicht genug Schiffserfahrungspunkte. Aber ich kann die restlichen Schiffserfahrungspunkte, kann ich ausgleichen mit den Spieler-Erfahrungspunkten. Also diese goldenen Sterne. Und dann kann ich das, kann ich direkt eine Abkürzung machen und sagen, gut jetzt, ich mache das einfach mal vor. Ich gebe jetzt einfach mal Punkte aus, weil ich eh Autorepair irgendwann erforschen muss. So, gut. Research successful. Jetzt sieht man, okay, jetzt habe ich Autorepair Stufe 3 freigeschaltet. Und jetzt bräuchte ich 4800 Punkte oder Credits, um mir das jetzt zu kaufen. Und dann habe ich Autorepair Stufe 2 freigeschaltet und könnte das mit meinem Schiff ausrüsten. Okay. Letztes, habe ich vorhin schon gesagt, was man noch machen kann. Ich kann das Loadout ändern. Wie gesagt, das ist das hier und die Apparency. Das ist das Aussehen. Sprich, ich kann hier verschiedene Skins machen. Ich habe jetzt hier bei meinem nur Medusa freigeschaltet. Also dieser grüne Skin, der hat mir recht gut gefallen. Andere kosten dann natürlich wieder Echtgeld. Die unterscheiden sich jetzt aber tatsächlich gar nicht mehr so krass. Ich finde dieses Rot eigentlich ganz cool, aber das sind mir 300 Punkte, beziehungsweise etwa 3 Euro nicht wert. Dann kann ich hier Pattern, also so eine Schiffslegierung machen, die sich aber auch krass, finde ich, sie recht wenig unterscheidet. Und dann kann ich noch das Emblem und das finde ich ganz cool. Das kommt vorne aufs Schiff drauf und das ist wie so eine Galionsfigur, die vorne drankommt. Das hat schon irgendwas, aber im Endeffekt sieht man das im Spiel nur selber. Andere sehen das echt selten und diese Schiffsfigur, würde ich mal behaupten, sieht man eh noch weniger. Und dann gibt es halt hier noch Logos, die ich mir auch kaufen könnte. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so der, der dafür Geld reinsteckt. Mir hat das Spiel recht viel Spaß gemacht. Vielleicht, wenn ich jetzt echt viel spielen würde, würde ich mir Gedanken machen, da Geld zu investieren. Und ich melde jetzt einfach mal für ein Spiel an. Sind wir jetzt eigentlich in einer Gruppe? Ich glaube nicht. Nee. Jetzt muss ich gucken, wie kriege ich dich in eine Gruppe, weil ich habe tatsächlich noch nie Invite to Squad. So, ich habe dich jetzt eingeladen. Ja, das ist ja schön. Das ist jetzt eine gute Frage. Achso. Ja, in Y2 Squad, das könnt ihr auch machen. Achso, warte, jetzt. Okay. Ich habe nichts gemacht. Okay, ich habe es, glaube ich, angenommen. Okay, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall in einem Squad. Ja, genau. Okay, jetzt sieht man hier, wir beide sind in einem Squad. Ist ja auch schon Line Captain 2. Nein, oder? Nein. Das ist ein Anzeigefehler, aber ich bin Rang 11 und damit bin ich Line Captain 2 und bei dir steht das auch. Ich meine, natürlich. Ich bin voll Pro. Ich erkläre jetzt dieses Spiel, ich bin aber auch voll kein, komm, gar kein Experte. Ich habe mir alles selber angeeignet und bin durchgewurschtelt. Ich würde sagen, ich melde uns jetzt mal für ein Spiel an. Ach, genau. Oh Gott, jetzt. Jetzt muss ich natürlich noch erklären, was es für Spiele gibt. Achso. Ich muss natürlich auf Recruit wechseln, damit wir gemeinsam spielen können. So, okay. Ich nehme jetzt den Heiler einfach mal. Gleich. Und es gibt verschiedene Matcharten, die man spielen kann. Es gibt einmal Team Deathmatch, klar, das sagt es, jeder, man kämpft Team gegen Team, ich glaube, ja, 8 gegen 8 ist das. Und jeder Abschluss gibt 4 Punkte, das erste Team, was 100 Punkte hat, hat gewonnen. Es gibt Team Elimination, das heißt, jeder hat ein Leben und das Team, was als erstes ausgelöscht wurde, hat verloren. Und das andere, was natürlich alle ausgelöscht hat, hat gewonnen. Das Coole an diesem Modus ist, dass, wenn du stirbst, bist du nicht komplett aus dem Spielen guckst zu, sondern du spielst eine ganz kleine Flugeinheit, die nicht viel aushält, aber noch ein bisschen Schaden machen kann. Also, du bist nicht total unbeteiligt. Und es gibt eigentlich noch den, ich glaube, Onsload-Modus heißt das, ich weiß jetzt gar nicht, warum der hier angezeigt wird. Das sind ein 8 gegen 8 Spieler-Match und es gibt 1000 Punkte zu erreichen. Und man hat neben den menschlichen Spielern gegenüber, hat man auch NPCs. Also, sprich, so kleinere Flugeinheiten, die rumfliegen. Ich mache uns jetzt mal an und kann dann noch erklären. Wir machen natürlich Recruit. Und man bekommt dafür die NPCs Punkte und natürlich für die Spieler. Es gibt dann kleine Einheiten, die geben irgendwie 15 Punkte. Es gibt große Einheiten, die geben, glaube ich, 30 Punkte, wenn man die tötet. Und es gibt einen Dreadnought, eine Kommando-Einheit. Die gibt, glaube ich, irgendwie 500 oder sogar noch mehr Punkte, wenn man die erledigt. Ja, jetzt bläht mir fast die Spucke weg. Wenn ich jetzt so viel erklärt habe. Jetzt ist es erwarten. Genau, das kann ein bisschen dauern und das kann ich mir noch ein bisschen durchdauen, weil tatsächlich ist es jetzt noch gar nicht, die haben recht wenig Werbung für das Spiel gemacht, was ich ein bisschen schade finde. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich einfach alle, dass wir alle mal zeigen können. Auf jeden Fall war es mir wichtig, das Spiel mal zu zeigen. Und es fängt schon an. Ja, cool. Und wir spielen direkt Team Elimination. Ich habe keine Ahnung. Du hast... Du hast ein Story gespielt. Also man spielt es so, du hast natürlich WASD, das geht nach vorne. Die Raumschiffe sind sehr behäbig. Mit Shift gehst du nach unten. Also sinkst du ab dein Schiff. Mit Leertaste gehst du nach oben. Mit der E-Taste, das zeige ich gleich. Das zeige ich gleich im Spiel. Das kläre ich gleich. Moment. So, jetzt kommen wir theoretisch hier erstmal in einen Vorraum, wo wir alle unsere Schiffe nochmal, also uns A, alle sehen. Ich wähle jetzt die Orcus aus, mein Heiler-Schiff. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Heiler. Wir haben drei Heiler, das ist schon recht viel. Okay. Man kann jetzt hier auch durchklicken. Das sind die Heiler-Schiffe. Das ist der Atelier-Cruiser. Das ist der Destroyer. Noch ein Destroyer. Wir haben keinen Dreadnought. Das ist gut. Das ist schlecht. Ich habe einen Destroyer. Echt? Ja, genau. Die meisten haben Destroyer. Wir haben aber keinen Dreadnought. Aber okay. Wie gesagt. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht zu laut. Also, man fliegt hier rum. Ich kann mit Leertaste nach oben, mit Shift nach unten. Man sollte natürlich gucken, dass man hier... Wir sind hier auf dem Planeten. Wir haben Schluchten. Wir sollten uns immer ein bisschen... Wir sollten nicht zu hoch fliegen, damit wir ein zu offenes Feld haben. Also, gerade wir Heiler begeben uns eigentlich immer recht tief unter allen und heilen. Auf der E-Taste hat man so ein Rad. Increased Trust, Amplify Weapons und Raise Shields. Amplify... Ich fange einfach mit Increased Trust. Das Teil ist, wenn ich das benutze, kann ich schneller fliegen für eine kurze Zeit. Man sieht rechts, diese blaue Anzeige ist die Energieanzeige, die nimmt dann langsam ab. Dann habe ich zusätzlich Increased Fire. Das heißt, wenn ich das auswähle, das verbraucht natürlich auch Energie, mache ich mehr Schaden oder ich heile zum Beispiel als Heiler, vielmehr. Ähm... Shit. Shield... Shield bedeutet, ähm... Ich baue ein Schild für eine kurze Zeit an, die natürlich auch Energie abzieht. Aber in der Zeit... Verbraue... Kriege ich halt keinen direkten Schaden. Okay. So. Jetzt habe ich natürlich super viel aufs Reden konzentriert. Muss natürlich ein bisschen heilen. Ja, Bad Healing. Kannst du mich mal. Ich erkläre ja auch gleichzeitig. Ähm... Okay. Ich muss mich jetzt gerade konzentrieren. Ich versuche, ihn hier hochzuhalten. So ein bisschen blöd, dass wir keinen Dreadnought haben, weil eigentlich als Aufgabe des Heilers wäre es tatsächlich eher zu gucken, dass ich gerade mich auf den Dreadnought konzentriere, weil der macht viel Schaden. Der fungiert als Tank. Also versuche ich, den hochzuheilen. Das ist meine Aufgabe. Und gerade konzentriere ich mich drauf. Irgendwie. So, Applied by Falcon Reapons. Ja, toll. Jetzt ist der auch weg. Das wird eine recht schnelle Runde für uns. Ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich mich jetzt hier wegdrehe, weil ich stehe im Sichtfeld der anderen. Okay. Das sieht gerade richtig mies aus. Ich bin schon lange tot. Okay. Na gut. Ich beschieße die hier mit einem kleinen Gleiter. Genau. Also das ist bei Team Elimination so, dass man die heilt. Äh, die dann als kleiner Typ rumgeht. Und werden immer weniger. Ich bin der einzige Heiler. Und auch zwei Schiffe. Das wird eine recht schnelle Runde werden. Also man spielt jetzt hier zwei Runden. In allen Runden geht's... So, ich mach jetzt mal mein Schild an. Naja, da kommt der Dreadnought. So, gut. Ich muss mich jetzt ziemlich umnieten. Und da ist noch einer. So. Ich versuche hier nämlich immer so zu positionieren, dass die mich eigentlich nicht bekommen. Aber bei zwei Dreadnoughts rechts und links. Aber gut, der ist weg. Jetzt muss ich hier natürlich einen riesen Bogen fahren. Scheiße. Okay. Und ich bin auch raus. Jetzt kannst du immer noch zeigen, wie man als kleiner Gleiter rumfliegt. Wenn ich das noch schaffe. Sonst kann ich mal hier so... Das sind diese Gleiter. Vorbei. Okay. Wir haben jetzt 1 zu 0 für die. Weil der erste gestorben ist. Okay. Ja, man sieht hier, aber es gibt verschiedene Gleiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es dazu kommt. Das weiß ich auch nicht. Dass der eine so einen komischen hier fährt. Der Alien 15. Ob das was mit der Klasse zu tun hat. Das weiß ich nicht. Also ich konnte mir zwischen... Ich konnte mir 4 aus... Zwischen 4 einen aussuchen. Achso. Wenn man C drückt, wenn man tot ist. Ach, okay. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Okay. Auto-Respawn in einer Sekunde. Okay. Jetzt haben wir auch einen Dreadnought. Sehr gut. Ich werde mich jetzt auf den Dreadnought konzentrieren. Wir haben auch 3 Heiler. Das ist... Too much. Ja, das geht. Du kannst es sehr gut mit 3 Heiler machen. Dann musst du aber Leute haben, die halt auch ordentlich wissen, was sie tun. Und Schaden machen. Zum Beispiel 2 Dreadnoughts wäre dann okay. Und das Wichtige ist immer, dass alle ein bisschen zusammenbleiben. Das ist... Es ist halt kein Rush-Spiel. Also es ist sehr taktisch. Also ich bleibe hier die ganze Zeit bei dem Dreadnought Alien 15. Will mich auf den konzentrieren. Den versuchen am Leben zu halten. Weil er im Endeffekt der ist, der recht viel Schaden macht. Und am meisten aushält. Mein T2-Schiff ist eigentlich auch recht gut equipped. Da ist es eigentlich hier... So, jetzt habe ich Auto-Repair angemacht. Das heißt, ich heile jetzt alle um mich herum. Aber die Atelier-Cruiser schießen auch schon gut auf unsere Gruppe. Ah, jetzt habe ich mich ein bisschen verloren. Wo ist der Dreadnought? Ach da. Okay, über mir. So, jetzt schicke ich meinen Repair-Pot. Der wird jetzt hier gleich grün leuchten. Genau. Der heilt dann alle drumherum. Das sieht jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Außer dass der Atelier-Cruiser dann ziemlich aufs Maul kriegt. Heile ich den mal hoch? Oder ich heile gegen, ich heile gegen, ich heile gegen, ich heile gegen, ich heile gegen. Ja, ich versuche noch sich zu retten, aber ne, scheiße. Was machen denn die anderen Heiler hier? Ah. Das mit diesem Waffenrad finde ich auch noch nicht so schön gelöst, weil das, mir öfters passiert, dass ich das falsche auslöse. Okay. Shit, na, da konnte ich auch nicht mehr gegen heilen. Da hätte er eigentlich auch gucken müssen, dass er jetzt in die Stucht runter geht und sich ein bisschen selber schützt. Nicht der Heiler, nicht der Heiler, nicht der Heiler, nicht der Heiler, nicht der Heiler. Okay, das ist natürlich jetzt als Heiler, bei einem Heiler zu gucken, ist ziemlich unspektakulier, weil oftmals steht man einfach rum und guckt, dass man einfach alle aufrechterhält. Aber Heiler ist auch eine gute Anfängerklasse, weil man am Anfang erstmal sich nicht ganz aufs Schlachtfeld konzentriert, sondern erstmal gucken, wo sind alle. Und, komm, Lebe, Lebe, ach komm, wir haben noch nichts von denen erledigt. Wenn sie nachher bin ich schuld. Die Heiler ist immer schuld. Ja gut, jetzt haben wir noch zwei Heiler. So, da mache ich nichts mehr, aber da kann ich noch meine. Ja. Okay. Es war ein guter Anfang, das zu zeigen, aber gut, das ist, wenn man mit Random Street zu many Heilers, ja, sehe ich genauso. Gut. Okay. Tja. Ein paar Punkte bekommt man, wie gesagt, hier bekommt man die Credits, hier die Schifferfahrungspunkte, die ich eigentlich jetzt nicht mehr für dieses Schiff brauche und so Erfahrungspunkte. Dann kann man zurück in den Outpost. Okay. Und das war es für die erste Folge. In der nächsten zeige ich kurz alle restlichen Klassen, die es noch gibt und macht euch selber einen Eindruck drauf. Das ist ein schönes Spiel, wenn man ein bisschen den Einstieg gefunden hat, macht es echt Spaß und auch recht schnell süchtig. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.